My Worst Sex Date Ever Och, ich habe mir jetzt gedacht, ich muss euch von meinem schlechtesten Sex Date ever erzählen. Mein schlechtestes, mein schlechtesten, von meinem schlechtesten, schlechtesten Sex meines Lebens. Oder ekelhaft, ekelhaft ist eigentlich das richtigere Wort. Das wird ekelhaft. Es war einmal ein heißer, heißer Sommertag in dieser Stadt namens Wien. Es war wirklich heiß. Vor vielen, vielen Jahren natürlich. Ist natürlich nicht erst vor kurzem passiert. Und da kam, da war eine Johanna Ehe, die geil war und sich gedacht hat, okay, dann macht sie sich mal wieder ein Profil auf einer Plattform für schwule Männer, wo auch transsexuelle Frauen sind. Und dann habe ich das gemacht und habe mir dann einen Typen eingeladen. Ich nenne ihn jetzt der Serbe. Ich nenne die Männer ja immer nach der Nationalität und Herkunft. Und der Serbe ist gekommen. Das war sicher schon nach Mitternacht. Er hat angeläutet, dann ist er raufgekommen. Und wie er dann so gekommen ist, habe ich gedacht, er schaut nett aus, aber er wirkt ein bisschen schwul, habe ich gedacht. Ich, voller Klischees, voller heteronormativen Klischees. Oder beinahe heterosexistisch. Und dann ist er gekommen, also in die Wohnung. Ich habe mir gedacht, oh, er schwitzt. Aber dann habe ich gedacht, er hat irgendwie nett gewirkt. Und dann habe ich gedacht, naja, ist ja egal, ist ja egal, ich bin geil. Und dann hat er mich gleich irgendwie geküsst, aber das wollte ich nicht. Und ich habe dann in seine Hose gegriffen, auf seinen, ihr wisst schon was, das war feucht. Aber jetzt nicht nur von Schweiß, sondern eine andere Feuchte. Ja, okay, er war halt vielleicht geil. Ah, was mir auch aufgefallen ist, ich habe mir gedacht, er hat sich irgendwas genommen oder so. Er war irgendwie so komisch, so, als ob er irgendwie abwesend wäre. Also, und ich bin die Letzte, die sowas macht, so Chem 6, ich mag sowas gar nicht. Ich habe sowas nie gemacht, aber wirklich nie. Und jedenfalls, na, ich habe gedacht, ist ja wurscht. Er hat ganz nett ausgeschaut. Jedenfalls dann meine Hand in der Hose, ich gebe sie raus. Was kommt mir da wie ein Duft entgegen? Es war so ekelig. Ich habe mir gedacht, wie lange hat er sich nicht gewaschen? Dass er so riecht. Oder stinkt. Ach, das sind Männer oft so. Ich erinnere mich gerade an ein anderes Worst Sextied ever, wo er wollte sich in einem, wie sagt man dann, französisch befriedige. Und er hat dann seine Beine gespreizt. Und nicht nur, dass irgendwelche Düfte vor seinen Eiern raufgekommen sind, vor den Schweiß, rund um die Eier, sondern auch, seine Pobacken haben sich dann auch geöffnet. Und dann ist halt, es war schlimm. Jedenfalls roch er, stank er extrem. Da habe ich gedacht, okay, also, ich habe ihm gar nicht gesagt, Blasen, französisch befriedige ich dich nicht. Und dann habe ich gedacht, oh, ist ja egal, ist ja wurscht. Er hat sich dann auf meine Couch gesetzt, also damals in einer anderen Wohnung. Und dann, ich habe mich vor ihm auf den Boden gelegt und habe mir gedacht, dann soll er einfach zuschauen, wie ich mich befriedige. Warum nicht? Und ich liege da am Boden, arbeite an mir, befriedige mich und ziehe eine Show ab, die ihm sicher gefallen hat. Und er befriedigt sich selbst auf der Couch. Ich bin schon längst gekommen und habe mir gedacht, warum kommt er nicht? Und dann sitzt er dann so und macht ganz schnell, so irgendwie. Und irgendwann ist er dann auch gekommen. Und ich habe mir gedacht, okay, endlich ist es vorbei. Ich will ihn nur noch raus, weil es hat überall nach ihm gerochen. Also nicht nur dieser eine Durfte, sondern alles. Und es hat gestunken. Und dann steht dieser Typ auf, also erstens mal, warte, erstens mal hat er immer den Schweiß, er hat geschwitzt, wie, ich weiß nicht was, wie wir in Sahara gewesen wären. Er hat den Schweiß immer so genommen und auf den Boden gespritzt. Wer macht so was? Und dann, er hat hier auch natürlich überall geschwitzt, aber wie, wie in einer Sauna, in einer finnischen. Und, die Katze. Und dann, dann ist er dort gesessen, er hat alles voll geschwitzt und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich will nur mal, dass er weg geht, dass ich das waschen kann. Aber dann ist er aufgestanden und wisst ihr, was ich gesehen habe? Also nicht nur der Schweiß zwischen seinen Beinen, der hinuntergeronnen ist. Nein, es war auch Blut. Es war Blut. Blut auf meiner Couch. Ich habe mir gedacht, was ist los? Und ich habe dann gesagt, are you okay? Ich habe mir schon wirklich beinahe Sorgen gemacht. Ich meine, wer blutet bei Selbstbefriedigung? Ich meine, wie geht das? Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, hat er vielleicht irgendwas reingesteckt oder so? Oder von den Drogen so kaputt oder keine Ahnung? Und jedenfalls hat er dann gesagt, dass er Hämorrhoiden hat. Und wenn er sich besonders anstrengt, platzen die anscheinend, wenn er geil ist. Dann sind seine Hämorrhoiden auf meiner Couch geplatzt. Ich meine, geht's noch? Und dann wollte noch eine rauchen und ich habe gesagt, bitte geh jetzt. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn der wirklich auf Drogen ist, dann kann ich nicht so unhöflich zu ihm sein. Und ich habe gesagt, glaube ich, dass ich in der Früh arbeiten muss oder irgendwas. Er ist denn gegangen und ich war nunmehr froh. Ich habe alles waschen können, Gott sei Dank. Aber ist euch sowas schon mal passiert? Also nicht nur, dass es vorne und hinten steht, egal, ich höre hier am besten auf. Berichtet mir vielleicht in den Kommentaren, wenn euch traut, von euren Worst Sex Dates. Und abonniert mich, schaut weitere Videos und ich wünsche euch, ja, was auch immer, Best Sex Dates. Also überhaupt keine Sex. Ich wünsche euch Liebe. Tschüss.